Seiten in Notion müssen nicht nur aus Text bestehen und zu Textwüsten mutieren. Mit Icons und Seitencovern verleihst du deinen Notion-Seiten das gewisse Etwas. Wie du das bewerkstelligst, zeige ich dir in diesem Guide. Üblicherweise besteht eine Seite in Notion aus einer Überschrift und dem Inhaltsbereich. Den Kopfbereich über der Überschrift kannst du mit einem Icon und einem Hintergrundbild, dem sogenannten Seitencover, noch gehörig aufpeppen. Icons sind kleine Bilder, die verwendet werden, um bestimmte Arten von Seiten oder Elementen innerhalb von Notion zu identifizieren. Sie können zum Beispiel verwendet werden, um kalenderische Einträge von Aufgaben oder Notizen zu unterscheiden. Oder, so wie hier, durch das Icon eines breiten Pinsels wird eine Assoziation zu Kreativität und Gestaltung geschaffen. Notion bietet eine Vielzahl von verschiedenen Icons und Emojis, die du auswählen kannst. Seitencover dagegen sind größere Bilder, die als Hintergrund für eine Notion-Seite verwendet werden. Sie verleihen einer Seite mehr visuelle Anziehungskraft und heben diese von anderen Seiten ab. Beide Stilelemente werden in Notion immer wieder verwendet. Das Icon einer Seite gehört immer zum Titel der Seite und wird sowohl in der Brotkrumen-Navigation, in der Sidebar und in Links wiederverwendet. Seitencover werden zum Beispiel in der Galerieansicht von Datenbanken angezeigt. Zusätzlich kannst du durch verschiedene Farbgebungen der Icons die Aufmerksamkeit deiner Leserinnen und Leser auf die wichtigen Seiten lenken. Um Icons und Seitencover in Notion zu verwenden, musst du zunächst eine Seite erstellen, um die Möglichkeit, das Seiten-Icon und das Seitencover anzupassen. Ein Icon und das Seitencover wird oberhalb des Titels einer Seite in Notion eingefügt. Entsprechende Links befinden sich oberhalb des Titels oder erscheinen, sobald du den Mauszeiger über den Titel bewegst. Klickst du jetzt auf Icon hinzufügen, wird automatisch ein Emoji von Notion ausgewählt und angezeigt. Um dieses Icon oder Emoji zu ändern, klickst du einfach darauf und es öffnet sich ein Dialog, in dem du ein anderes Emoji oder ein Icon auswählen kannst. Der Dialog, in dem du das Icon anpassen kannst, bietet die drei Optionen. Du kannst entweder ein passendes Emoji oder ein passendes Icon aus einer Liste auswählen. Falls dir beides nicht zusagt, hast du als dritte Option die Möglichkeit, ein eigenes Icon hochzuladen. Hier siehst du die erste Dialogseite mit allen verfügbaren Emojis. Das ist dieselbe Auswahl, die du auch von anderen Apps wie zum Beispiel WhatsApp kennst. Du kannst hier ein Emoji aus der Liste auswählen. Mit einem Klick wird das aktuelle Emoji gegen deine Auswahl ersetzt. Zusätzlich kannst du auch nach einem Emoji suchen, welches zu einem Suchbegriff passt. Oder du lässt Notion einfach was passendes für dich aussuchen. Bei manchen Emojis hast du auch die Möglichkeit, die Hautfarbe auszuwählen. Das machst du mit einem Klick auf dieses Symbol. Die zweite Seite des Dialogs ähnelt der ersten Seite, nur dass hier Icons anstelle von Emojis ausgewählt werden. Du kannst hier ebenfalls durch die Liste der Icons scrollen und das gewünschte Icon aussuchen. Oder du gibst einen Begriff in das Suchfeld ein und filterst somit die Liste der Icons. Ebenfalls bietet dir Notion hier die Option, ein zufälliges Icon auszuwählen und die Farbschattierung des Icons im Vorfeld zu bestimmen. Bist du mit den angebotenen Emojis und Icons nicht zufrieden, hast du unter dem Tab Individuell die Option, ein eigenes Icon hochzuladen. Die empfohlenen Maße sind hierfür 280x280 Pixel. Entweder lädst du das Icon von deinem Computer direkt hoch oder du gibst einen Weblink ein. Bedenke dabei aber immer, dass du nur Icons verwendest, zu deren Verwendung du auch berechtigt bist. Zusammen mit dem Titel und einem passenden Icon können potenzielle Leserinnen visuell assoziieren, ob sie an dem Inhalt einer Seite interessiert sind oder nicht. Mit einem zum Inhalt passenden Titelbild, dem sogenannten Seitencover, kannst du diese Assoziation noch verbessern. Glücklicherweise bietet Notion einige Optionen, wie du mühelos einer Seite ein solches Titelbild hinzufügst. Wie schon bei den Icons, befindet sich der Link, um ein Cover hinzuzufügen, über dem Seitentitel. Falls die Links nicht sichtbar sind, fahre einfach mit der Maus über den Seitentitel. Nach dem Klick auf den Link Cover hinzufügen, wird automatisch ein Seitencover deiner Seite hinzugefügt. Dieses Cover kannst du ändern, indem du auf den Button Cover ändern klickst, der rechts unten auf dem Bild erscheint. Es öffnet sich ein Dialog, auf deren ersten Seite die Galerieansicht erscheint. Hier kannst du mit einem Klick ein Cover deiner Seite hinzufügen. In dieser Galerieansicht bietet Notion dir eine ganze Menge Bilder, die du als Titelbild nutzen kannst. Den Anfang machen Farben und Gradienten. Gefolgt wird diese erste Auswahl von beeindruckenden Bildern des James Webb Telescope und anderen Fotos aus den NASA Archiven. Sagen dir Bilder des Weltraums nicht zu, folgt eine große Palette an Bildern aus bekannten Kunstmuseen. Natürlich ist es auch möglich, dass du ein eigenes Bild hinterlegst. Im zweiten Tab dieses Dialogs findest du die Möglichkeit, ein Bild von deinem Computer, Tablet oder Smartphone hochzuladen. Das Bild, das du hochladen möchtest, sollte eine Mindestbreite von 1500 Pixeln haben, da es sonst vergrößert werden muss und dadurch unansehnlich wirken kann. Bedenke aber immer, dass du nur Bilder verwendest, zu deren Verwendung du berechtigt bist. Hast du ein passendes Bild im Internet gefunden, das du als Seitencover verwenden willst, kannst du auch die Webadresse des Bildes im dritten Tab eingeben. Notion lädt dieses Bild für dich und speichert es in deiner Seite. Das Bild, das du hochladen möchtest, sollte, wie schon beim Hochladen erwähnt, eine Mindestbreite von 1500 Pixeln haben, da es sonst vergrößert werden muss und dadurch unansehnlich wirken kann. Bedenke auch hier, dass du nur Bilder verwendest, zu deren Verwendung du berechtigt bist. Als letzte Option, um ein Cover einer Seite hinzuzufügen, bietet Notion eine Integration mit Unsplash an. Auf Unsplash findest du viele Bilder, die du lizenzfrei verwenden kannst. Notion bietet dir hier die Auswahl eines passenden Bildes aus dem Gesamtkatalog, aus einer Liste oder anhand von Suchbegriffen. Notion lädt das ausgewählte Bild von Unsplash und speichert es in deiner Seite als Titelbild. In diesem Guide habe ich dir gezeigt, wie du mit Icons und Seitencovern deine Seite in Notion aufpeppen kannst. Notion unterstützt dich mit den Assistenten für Emojis, Icons und der passenden Auswahl an Bildern für die Cover. Besonders die Integration von Unsplash ist praktisch, weil du dadurch Zugriff auf tausende von lizenzfreien Bildern bekommst, die du als Titelbild verwenden kannst. Hast du noch Fragen? Dann ab in die Kommentare damit. Vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Und ich bin in die Kommentare damit. Eins und CD'O Tschüss, bis zum Beispiel in den nächsten Pattern und alles G84! zu